Ja liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer Ankündigung von mir. Und zwar es geht darum, dass ich die nächsten Tage nicht zu Hause sein werde. Ich hatte ja glaube ich vor ein paar Tagen gesagt, dass ich erst mal drei Tage nicht zu Hause bin, also bis Sonntag. Jetzt habe ich aber meinen Dienstplan gekriegt und da steht drauf, dass ich noch bis Dienstag arbeiten muss. Und Mittwoch, Donnerstag bin ich dann zu Hause, wodurch ich dann theoretisch eigentlich Parts aufnehmen kann, beziehungsweise rendern, beziehungsweise hochladen. So, das soll es von mir gewesen sein und deswegen würde ich dann sagen, ciao!